Und damit herzlich willkommen zur neuen Abenteuer hier beim JR East Train Simulator. Heute sind wir auf der Rumoe Line unterwegs mit dem Kiha 54500 Diesel EMU und ich habe mich mal für diesen Local Service hier entschieden und zwar den zweiten hier. Er hält dreimal, bevor wir dann auf der Endstation da sind. Wir hätten auch noch dieses Out-of-Service und noch ein paar andere. Aber ich dachte wir fahren mal mit dem. Wir machen es wie gehabt. Am Anfang gibt es ein bisschen Info zu der Strecke, zum EMU und sonstiges Wissenswertes und ansonsten könnt ihr die Mitfahrt einfach genießen und ich würde sagen wir starten direkt los in Fukugawa. Ja, wir beginnen unsere Reise im Bahnhof Fukugawa, der wurde 1898 eröffnet. Von dem Bahnhof zweigt die Rumoe Linie von der Hauptstrecke Hakudate ab. Ich bin mir nicht sicher. Ich entschuldige mich schon mal für die Aussprache und beide Linien werden von der JR Hokkaido betrieben. Auf der Heikudate Hauptstrecke stellt vor allem der Schnellzug Super Kamu die schnellste Verbindung mit Sapporo und Ashikawa her. Ergänzt wird das ganze Angebot durch die Schnellzüge Super Soja und Sarebezo sowie den Schnellzug Ochoz. Fukugawa ist nicht nur ein wichtiger Knotenpunkt, sondern auch bekannt für die Reisfelder in der Gegend, sowie auch das jährliche Fukugawa Reisfestival. Schnellzug Ochoz So, wir haben den Bahnhof jetzt verlassen und jetzt liegen knapp 50 km Strecke vor uns. In der Spurweite Kappspur. Das heißt, die Schienen sind 1067 mm auseinander. Wir sind zunächst auf dem nördlichen Teil des Ishikara-Ebene unterwegs, die eine Region, die vor allem für die Landwirtschaft sehr bekannt ist. Das heißt, die Schienen sind 1067 mm auseinander. Ja, in knapp einem Kilometer erreichen wir unseren ersten Streckenpunkt der Kita Ichiyan. Das ist ein kleiner Ort, der 1955 seinen Haltepunkt bekommen hat. Obwohl wir da heute nicht anhalten werden, ist es trotzdem interessant zu wissen, dass das ein ganz typischer Bahnhof ist für die ganz vielen kleinen ländlichen Haltestellen oder Haltepunkte in Japan. Wir sind gerade die abgelegenen Dörfer so ein bisschen an die Hauptstrecke anzubinden, damit die Pendler entsprechend in die Städte kommen können. Das ist tatsächlich noch ein großer Bahnhof-Haltepunkt. Je nachdem, wie man es sehen will, empfiehlt es zu dem, was später noch kommen wird. Jesus. 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 Jesus ist auch, woanders trageizt. Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, in Kürze erreichen wir den Bahnhof Chibobetsu. Der Bahnhof wurde 1910 eröffnet und die Stadt selber ist vor allem berühmt für das jährliche Blütenfest, das viele Besucher anzieht. ZDF, 2020 Unser nächster Planmesser geholt wird sein Ishikara-Numata. Wenn wir dahin fahren, wenn wir über den Urju-Fluss fahren und Ishikara-Numata an sich ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, deswegen werden wir da auch halten. Davor werden wir durch Kito Chibobetsu durchfahren, das ist ebenfalls ein kleiner Erhaltepunkt, wie wir ihn vorher schon gesehen haben. Davor haben wir durch Kito Chibobetsu durch Kito Chibobetsu durch Kito Chibobetsu durch Kito Chibobetsu. Davor haben wir durch Kito Chibobetsu durch Kito Chibobetsu durch Kito Chibobetsu. Achtung! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, unsere Fahrt wird heute in Romoi enden. Der Bahnhof wurde 1910 damals eröffnet und war ein wichtiger Umschlagplatz, gerade für Kohle und Holz sowie für die Fischereiwirtschaft. Die Strecke ging bis 2016 noch weiter zum japanischen Meer, bis nach Mashiki, das waren ungefähr 16,7 Kilometer, aber seit 2016 ist stillgelegt und wird zurückgebaut. Ob der Abschnitt jemals wieder eröffnet wird, steht in den Sternen, dazu habe ich auch keine Infos gefunden. Ja, und da hätte ich wohl noch ein bisschen weiter lesen müssen, es steht sogar drin, dass die ganze Strecke seit dem Bahnhof, wo wir gestartet haben, eigentlich eingestellt werden sollte. Weil zu wenig Leute unterwegs, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, wenn ich mir so die Haltepunkte ansehe, aber trotzdem, wie schon erwähnt, es ist ja vor allem dafür da, dass man die kleinen Ortschaften miteinander verbindet, dass die Leute zu den Städten kommen, dass sie zu den Expresszügen kommen. Und da stellt man das ein. Ich meine, klar, nicht jede Linie ist wirtschaftlich, aber irgendwo, hallo Fuchs, ähm, musst du doch irgendwo auch eine Verbindung darstellen, also, du kannst doch nicht alles mit Bussen verbinden. Das haben sie auch mit der Strecke gemacht, die sie da 2016 zugemacht haben. Da vorne sind einfach Busse. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirtschaftlicher ist, als wie, dass du hier einen Zug fährst. Ist eine große Diskussion, meine Meinung, und ich weiß auch nicht, wie es in der Region so wirtschaftlich ist, aber ich für mich finde es ein bisschen falsch, weil das Video ist jetzt auch nicht allzu alt, die Strecke schaut gut aus. Lass doch den Zug da fahren. Und gemäß meinen Infos ist er ungefähr 8 mal am Tag gefahren, zum Zeitpunkt von dieser Aufnahme da. Also, Aufnahme von dem Video, nicht von meinem Video. Das ist ein bisschen später. Hm, sorry. Man könnte vielleicht eben auch was mit dem Tourismus machen. Ich meine, schöne Landschaft. Gerade im Sommer vermutlich wunderschön, dass man da irgendwie Touristen-Express macht. Japan ist bekannt für die ganzen Touristen-Züge, wie auch diesen Pokémon-Pikachu-Zug und Hamichtod. Die Strecke wäre doch ideal dafür. Just saying. An der Stelle werde ich euch erstmal kommentarisch verlassen, denn das aller Wissenswerte habe ich euch schon erzählt. Und es ist halt eine kleine Nebenstrecke, aber eine schöne Nebenstrecke. Euch erwarten noch ein paar Tunnel und Serpentine nach unten. Wir müssen immerhin aufs Null-Level runter. Oder einigermaßen aufs Null-Level runter. Und ich würde euch noch ganz viel Spaß bei der Reise. Und wenn ihr Lust habt auf mehr, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Und jetzt erstmal viel Spaß hier beim Zugucken und wie ich gut anhalten kann. Ciao! Das war's. 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 Das war's.